Mein Name ist Csantas Victoria, mit einem wunderbaren ungarischen Namen. Ich liebe Hunde, das ist mein Hobby, weil sie da sind, weil man mit ihnen alles mögliche unternehmen kann, spazieren gehen und weil sie sehr freundlich sind zu anderen Tieren und zu einem selber auch. Also die ersten waren ein Schäfer, damals Diener und dann als allerletztes war dann ein Geschenk von meinem Vater und meiner Mutter, ein Bernadino. Du hast ja auch eine Tiertherapie und hast da die Mia und die Kaya. Das ist ganz herzlich, weil die Mia, die sucht immer alles, sie möchte immer alles sehen. Und die Kaya? Die Kaya ist älter und ist halt etwas gesitterter. Wir haben jetzt einiges von Victoria gehört und dass sie gerne Hunde mag und würden uns freuen, wenn ihr uns Fotos und Videos schickt unter dem Hashtag Leben ist ihr Leben. Danke! Hunde, das ist ja noch etwas zu sehen. Die Kaya ist einiges von Hunde, das ist ja noch etwas zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020